Ja, auf jeden Fall. Also alle Leute sind sehr herzlich gewesen, haben versucht, uns überall zu helfen und es ist dann hinten vorne niemand recht gewesen. Es ist wirklich erstaunlich, was das ausgelöst hat in der Presse und es ist eigentlich ein sehr schönes Erlebnis von dem her, aber es kann halt passieren. Hat es Vorbereitigung beeinträchtigt durch die Geschichte? Nein, eigentlich nicht. Wir konnten noch weiterhin hier trainieren und unsere Ersatzspielerin hat ja die gleiche Größe der Schuhe, also konnte ich noch eh die Schuhe brauchen zum trainieren und es hat eigentlich alles geklappt und jetzt auch für den Ersatz war zu organisieren, hatten wir genug Zeit, also wir sind total gut im Fahrplan. Die Schuhe kommen ja, ist aber auch noch ein bisschen eine Übung gewesen, bis Sie dann den Weg dahin finden. Ja, also einerseits habe ich ein paar neue Schuhe bestellt bei unserem kanadischen Schullieferant und er hat sie jetzt auf Vancouver geschickt, die gehen wir jetzt noch abholen und das andere ist ja noch Marc Brücker, unserem Coach, angerufen und geschaut, dass er zu einem Schlüssel von meiner Wohnung kommt und dann ist er dort meine Ersatzschuhe geholt und er kommt auch heute Abend an, das sollte eigentlich alles klappen.